Hi, Bad Girl. Hi. Hi. Hallo, random95. Bin der Neue. Hallo, Zivlauch. Hat ihr wohl hier eigentlich eine höhere Chance, männlich zu sein? Weiß ich nicht. Glaub schon. Kann man hier bitte einen Shiny kommen? Denk mir auch die ganze Zeit, Mann. Ja, aber meine Chance ist so null irgendwie. Naja. Kann ich mir nicht einen Shiny Charm hier reinschieben und den benutzen? Hi, wie? Ein Schillerpin? Ja. Das war ich nicht. Oh, ja! Oh! Oh! Ha! Wir haben Shiny Evoli. Nice. Der Pokorap bei mir da und ich wipp hier gerade rum. Pikachu. Pipi. Ich komme hier hinterher! Uh! Okay, Leute. Nice. Oh, da war gerade Relaxung! Und damit haben wir auch Shiny Evoli gefangen. Nice! Weibliches Evoli. Weibliches Evoli. Das ist Philippiner. Hm. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich vier. Ich nenne es Philippine. Ich bin Philippine. Ich bin Philippine. Hebelectric hat. Hebe traur. Hebe Raven. Hebeider. 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 Danfliken. 것ampio. J armies.